ja jetzt geht es wieder so ein scheiß trick ja hallo und herzlich willkommen zurück zu bioshock infinite zettel stift das ist das battlefield dann haben wir da genau jetzt stimmt ich kämpfe immer noch mit dem scheiß aufnahmen programm ist nimmt ab und zu mal nicht auf ich verzweifle langsam also den sound nimmt teilweise immer noch nicht auf ja auf alle fälle herzlich willkommen zu den letzten aufnahmen mit dem rechner denn der neue der steht schon hinter mir rechts hinter mir aber nur mainboard cpu gehäuse der rest der kommt noch es werden natürlich wieder videos kommen wie das scheiß ding zusammengebaut wird ich hoffe natürlich du bist dabei und schaust dir das auch an ja aber das sind definitiv halt die letzten aufnahmen irgendwie vermisse ich den alten jetzt schon aber er kann einfach nicht mehr so hier sind wir glaube ich irgendwie stehen geblieben letztes mal so ach das elizabeth hoppla kommt wo seid ihr ich habe heute irgendwie richtig lust auf darin wieder noch elizabeth jawohl hoch langsam mädel so nachladen und wir kennen es ja schön die sachen hier alle mitnehmen kein problem haben wir alles bronzohilfe brauchen wir nicht brauchen wir könnten mal hier schock dauerhilfe ladung apple gesundheit 80 wir haben alles voll aber salze haben wir nicht ganz von ihm 25 prozent Munition für den Karabiner, dass wir auch mal wieder alles voll haben. Und die Pistole haben wir. Wir haben noch die Pistole jetzt, ne? Ah ne, die ist rot. So. Sins of Profit. So, da haben wir... Okay, okay, okay. Gut, hier haben wir irgendwelche... Ja, ja, machen wir gleich. Ja, passt so. So, drück aufs Knopf. Shin. Nimmt er noch auf? Ja. Oh! Boah, zu viel. Puf! Au. Immer langsam die Herren. Nein. Gut. Ich muss wieder ins Spiel reinkommen. Ich habe wieder über eine Woche lang nicht gespielt. Danke, Elisabeth. Äh, da sind wir. Ich muss nochmal hier, ähm, nein, 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 nein. Da war die Auswahl. Ich glaube, wir nehmen den hier. Oh. Ich will hier. Ich versuche jetzt ein bisschen langsamer. Dankeschön. Wenn ich wüsste, wohin. Wo ist ein Patriot? Danke. Au. Au. So, zielsicher sind wir ja einigermaßen. Dank Battlefield. Jetzt kommt der Borsche her. Ah, wir können die Skyline schon benutzen. Super. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeVid. Aber sie hatten immer schon einen Hand zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Ich werde den Grund und Boden stampfen, so ein dreckiger Wichser. Sie ist fest entschlossen, dem die, den Arsch zu polieren. Es geht weiter. Was? Wie, Handyman? Nee, 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 nee. Handyman ist eine Scheißidee. Okay, okay, danke schön. Ich glaube, mit der Schrot ist es am besten. So. Runter, schnell. Wo ist der? Da ist er. Wow. Au. Komm, schnell, DeVid, nachladen. Alter, mach doch mal langsam. Alter, ich sehe gar nichts. Wo ist der? Mann. Lass mich doch mal sortieren, Alter. Wuh. Au. Drickskerl. Ich bin weg. Also, ich war weg. Ich sehe den ab und zu nicht. Da ist er, ne? Genau. Gleich habe ich es. Komm, an die Skyline. Hopp. Heute kann ich mich wenigstens, wenigstens einigermaßen konzentrieren und sogar reden dabei. Schwach, Strom. Komm her. Schieß. Alter. Skyline, schnell. Ei, 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 ei. Wo ist er da? Jawohl. Ich kriege ich auch noch klein. Huh. Fuck. Komm her, wo bist du? Wow. Danke. Keine Ahnung, was das war. Einfach kaputt gemacht. Warum will ich irgendwie... Elisabeth? Fertig. Mal für die Sicherheit mal aufheben. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Na, dann mal los. Äh. Dann mal los, habe ich gesagt. Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber er läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Ich will noch mal kurz gucken. Okay. Da haben wir... Weil wir haben... Grob keine Munition mehr. Daher hoffe ich, dass hier irgendwo nochmal so ein Automat klebt, irgendwo. Gut. Dann haben wir anscheinend doch keine Muni mehr. Halt! Ich will da lang. Hopp. Hopp. Und weiter geht's. Hier ist ein Grafikfehler drin. Hier sind noch andere Luftschiffe. Los geht's. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie hat mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Hm. Geh weg. Nein, das geht nur ihm und nicht was an. Du tapst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich weiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen füllen. Doch der Erzengel sprach auch. Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Bukha Devit. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Devit, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Ich bin ein Narr. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Ach doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turmbucker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Finde die Steuerung. Das machen wir definitiv in der nächsten Folge. Trotzdem war er ein guter Mann. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.